Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und heute spiele ich mal wieder eine Runde Aram und zwar als Zix. Ja, Zix verdammt OP im Aram-Mode. Und von daher freue ich mich schon ziemlich. Mal sehen, was hier so geht. So, da lassen wir mal schön die Bomben fliegen. Ja, ich habe mir das verlorene Kapitel zuerst geholt, damit ich ausreichend Mana habe. So, und da atme ich auf jeden Fall schon mal First Blood. Das sieht auch alles schon ziemlich gut aus. Wie gewohnt mit Zix im Aram. Und bumm. Da brauche ich meinen ersten Kill. Tja, wohin Jax? Deswegen liebe ich den kleinen, ja. Wird eigentlich wirklich nicht viel zu bisschen zielen. Mit genug Mana Rack. Einfach immer schön poken. Oh, der Pilesch war jetzt ein bisschen unnötig. So, ne, die Weh lassen wir erstmal außen vor. So, Blutrausch, Jin. Ja, wenn es die Tentakeln von der Eloi natürlich nicht kaputt machen, gibt es von der auch ordentlich welche vom Kopf. So, Jin hat den Jax geholt. So, ja, warten wir mal auf den Blitz. Und nochmal die Queue Skate. Jetzt lassen wir es nochmal ein bisschen kommen. Oh, oh. Aber das reicht. Dann macht der Jin halt die Kills. Oh, in Ordnung. So, nach der Morellos werde ich mir dann auf jeden Fall erstmal Schaden holen müssen. Damit die Kills dann auch auf mein Konto gehen. So, und Level 6. Jetzt kann es richtig losgehen. Oh. Ja. Hier haben wir mal zerfett. Double Kill Eloi. Aber heute sind zu viel. Toll, und jetzt habe ich dir wenig mitgeskillt. Okay. Okay. 2-2-11 ist eher Supporter-Zix hier. Ja, Meiser. Ich weiß ja, was du nicht willst. So einfach mach ich selber nicht, mein Freund. So. Das war meiner. Ich könnte aber mal ein bisschen Mana gebrauchen. So. Das läuft doch. Wat ne geile Kombo hier. Steht in der Djinn mittlerweile. 10-1. Das lohnt sich. Ah, Silent. Das war sogar meiner. Und ja, kam noch an die Bombe. So. Geh ich mir mal wieder ein bisschen Leben und Mana holen. Und dann geht's weiter. 2700 Gold. Da muss ich noch nicht unbedingt sterben. Das war's wohl mit mir. Boah, wie heiß der auch nicht ist. Unglaublich. Ah, der überlebt tatsächlich. Okili, dookili. Ob er wohl auch meine Ult überlebt. Japp. Tragt. Und BAM! Da ist schon mal der Double immerhin. Oh, die Lowry klatscht rein. Oh lol! Das war mal ein geiler Selbstmord, finde ich. So, dann nehme ich noch die Zauberschuhe mit. So, und vorpushen. Tadaaa! Ohoho! Double! Oho! Oho! Ah, doch nicht zu mir! Hm. Oh, Blitz! Vielen Dank! He! So, jetzt habe ich leider nichts. So! Au! Okay! Okay! Dann auch noch einmal. Oh! Wooh! Ich habe keine Wehr-Ready. Oh! Oh! 10 Schuhe hat es aber auch voll auf mich abgesehen. So, ich gehe natürlich voll auf Damage hier. 41 Sekunden für meine nächste Uilt. Boah, ist aber auch krass. Wenn sie in der Mitte drin stehen, 450 plus 425 Schaden. 6-Penta wäre doch mal eine nette Sache. Oh, wo wollte der hin, Uilt? Naja, zurück bestimmt. Ja, aber mit Six, das ist schon so eine Sache für sich. Und mal so, ich kriege gleich mal wieder einen ab. Autsch! Kalte Schweinereiterin. Na gut, aber der Triple für Jin. Für mich war es, glaube ich, ein Double. Ja, was? Steht da ja? Das sieht doch schon sehr, sehr nice aus. Können wir schon beenden? Nein. Ach ja. Nehmen wir doch Eiskalt nochmal in den Zauberstab mit. Oh. Na, der wird nicht mehr wegkommen. Arme Jin. So, sie kriegt gleich mal wieder eine Bomber ab. Komm, meiser. Für dich habe ich auch einer. So, 13,6. Das sieht schon sehr gut aus. 53,30 für mein Team. So, ich hätte gerne mal wieder irgendwas ready hier. So, okay. Ja, und das war's schon. Also, Jin-6, unschlagbare Kombo. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram. Das ole sicher, bis bald. Ich freue mich. Vielen Dank.